Komm, Arsch! Ich bezahle Geld dafür, um Leute vollgestellt zu bekommen, weil ich niemanden habe. Nicht mal eine beste Freundin! Wieso wolltest du denn da, du Gehals angesagt, ne? Dann lachen die Zukunftsversprüche weg! Ihr redet doch genauso bei uns auf dem Land. Immer muss man sich bei euch beweisen, dass man keine Abschau-Kühne hat und auch mal ganz furchtig sein kann. Dabei schaut euch doch mal an. Ihr wohnt neben einem Bauhof und fahrt zu Lidl einkaufen, weil dort der Schweizer Kunstloch ist. Ja, so rein statistisch.